Da ist er, da ist er! Zugriff? Fantastisch, fantastisch! Du bist unsere Rettung, mein Gott bist du! Fantastisch! Okay, er kommt, er kommt, er kommt! Der Typ hat gesehen, dass wir... Nein! Nein! Die Kamera, die Kamera, wo ist der Typ, wo ist der Typ? Den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Einen florschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video sehen wir mal auf dem Hypixel.net-Server und spielen ein paar chillige Runden-Mörder-Mystery. Falls jemand nicht weiß, wie das hier funktioniert, da ist es so ähnlich wie TTT, also Trouble in Terrace Town. Kennt man eigentlich auch von Meinsucht oder Gomme, wo man das auch spielt. Hier finde ich das aber noch ein bisschen spaßiger, da man hier als Unschuldiger, Mörder oder Detektiv einmal antritt. Ich bin ja zum Beispiel unschuldig, muss mir 10 Gold für einen Bogen sammeln, während hier ein Detektiv und ein Mörder und der Rest der Unschuldigen rumläuft. Wenn ich hier 10 Gold kriege, dann habe ich einen Bogen und einen Pfeil und pro 10 Gold kriege ich hier einen Pfeil, womit ich dann einen Spieler, wie zum Beispiel den Mörder, abknallen kann. Okay, da ist hier wahrscheinlich der Detektiv, der hat schon einen Bogen. Ja, das müssen wir zwar schnappen. So, wir brauchen hier Hilfe. Das ist natürlich hier wieder... Ach, okay, der lebt noch. Okay, also wenn das Geräusch immer kommt, dann wurde hier gerade jemand umgebracht. Ob es vom Mörder war oder von einem anderen Spieler, weiß man nicht, aber meistens ist das dann vom Mörder. So, da habe ich schon mal einen Bogenschuss bekommen und kann jetzt mir hier einmal einen Spieler raussuchen, den ich dann töten möchte. Ah, bis jetzt ist mir hier der Mörder noch nicht aufgefallen. Und in Chat... Steve ist, ähm, Sokolo, ist der einzigste Steve-Skin, okay. Wir sind Steve, okay, dann müssen wir jetzt hier mal einen Steve suchen. Ich sehe hier keinen. Auf der Map bin ich jetzt mal hier gerne unterwegs, weil hier sieht man nicht so viel. Knopf, ja, Knöpfe gibt es hier genug auf der Map. Ja, sehr fantastisch. Wo ist denn der Steve-Skin? Der versteckt sich doch hier irgendwo in einem Gebäude. Da ist er, da ist er. Zugriff. Zugriff. So, ich nehme mir hier nochmal das mit. Und da hinten ist er, da hinten ist er. Den schnappe ich mir. Und da haben, äh, auch wir gewonnen. GG an der Stelle. Meine Hotkeys von Labimod funktionieren auf dem Server nicht. Ich weiß nicht warum. Aber Sprachshit funktioniert auch. Man findet hier oder trifft, beziehungsweise auch paar Leute mit Labimod. Auch von deutschen Servern. Zweite Runde heute. Detective ist auf jeden Fall schön. Denn umso länger man spielt, umso höher steigt die Chance, Mörder oder Detektiv zu sein. Da ich Detektiv bin, erhalte ich gleich meinen Bogen hier. Und der lädt sich immer. Ich glaube, zwei, drei Sekunden braucht der. Oder so maximal fünf. Dann lädt er sich auf. Und dann kann ich gleich nochmal schießen. Das heißt, ich habe hier unendlich Schuss. Und hier wurde schon irgendwo etwas umgebracht. Etwas wahrscheinlich. Okay. In der Mitte sind es hier anscheinend nicht. Wo ist der Mörder? Hier ist natürlich das Haus des Glückes. Würde sagen. Der Ender Slayer 105. Der ist hier sehr verdächtig. Ah, nee. Ich glaube. Okay. Dort ist jemand im Haus gestorben. Nee. Hier ist niemand umgebracht worden. Okay. Das ist mysteriös. Mit meinem Gold kann ich auf der Map, glaube ich, gar nichts machen. Okay. Der Markt ist auch für mich als Mörder beliebt. Aber ich glaube, die Girls waren es hier nicht. Wen haben wir denn noch nicht gesehen? Ich glaube, sie ist Bücherregal. Wo rennt das Bücherregal hier eigentlich rum? Okay. Oh, nein. Ich habe es gerade gesehen, dass er ein Messer hat. Ja. Jetzt sollte sich ja mal jemand geschwind meinen Bogen vorsichtig nehmen. Nicht so wie die Dame gerade eben. Die hat das schlecht vorgeführt. Fantastisch. Fantastisch. Du bist unsere Rettung. Mein Gott, bist du fantastisch. Schnell weg. Mit solchen Leuten will ich überhaupt nichts zu tun haben. Das ist ja Fremdschirm hier. So. Hier ist gerade schon mal jemand irgendwo ins Voice gesprungen. Der Mörder. Okay. Ich weiß, wer das ist. Ich kann... Ich kann das... Ich konnte das Gesicht nicht so gut erkennen. Wer ist das? Weg hier. Weg hier. Weg hier. Nein! Ach, du bist auch so... Ich stehe hier nicht ohne Grund. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Oh! Sehr schön. GG. Nämlich, wenn man den... So, Moment. Das ist mein Siegestanz. So, hier. Äh. Wenn man den Bogen vom Detective aufsammelt, führt man selbst zum Detektiv. Ich habe ein Papier fallen gelassen. Na, das ist doch wunderbar. Das wollten wir jetzt auf jeden Fall alle wissen. Es gibt hier auf manchen Maps auch Fallen. Okay, der hier was? Ne, der ist es nicht. Zum Beispiel da bei der Brücke, da wo ich... Ne, ich glaube, das war... Okay, es war doch kein schwerliches Dachrad. Manchmal habe ich hier auch schon Wahnvorstellungen. Bei manchen denke ich nämlich, sie sind der Mörder und haben Eisenschwerte in der Hand. Obwohl es ein komplett anderer ist. Okay. Hier ist... Das ist hier gerade... Merkwürdig... Ne, der ist auch nicht. Wo kriegt denn der Typ hier rum? In welcher Ecke? Okay. Wir sehen nicht mehr viel, Leute. Wir sind nur noch zu sit. Und irgendwo muss hier herumlaufen. Ich brauche noch ein Gold. Dann haben wir mal eine Chance, jemanden abzuschießen. Hier... Oh, nein! Wieso... Woher wusste ich, dass er es ist? Aber mal ehrlich, den Typen habe ich noch nie gesehen. Leute, von denen ich nie in der Runde sehe, von denen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Das wäre jetzt schön, wenn der Mörder wäre. Hier ist zum Beispiel die Falle, dass man von den Piranhas gefressen wird. Und ihr kennt wahrscheinlich alle, dieser Riesenfalle auf dieser Map, wo immer jemand am Hebel steht und für ein Gold da die Falle aktiviert. Ja, ich bin letztens gestorben. Das sind solche Honks ernsthaft. Die sind so bedeppert. Mein Gold... Nein! Warum musst du dich auch umdrehen? Frechheit hier. Da war ich innocent und der hat mich einfach rumgebracht. Das sind die letzten Honks hier. Fantastische Spiele habe ich hier. Drei, zwei... Okay, der Mörder ist doch aktiv. Manchmal ist nämlich der Mörder einfach AFK. Ja. Ein bisschen abwechslungsreich. Es knackst und knackst. Und ich sehe hier nichts. Wo hockt der Schlingel rum? Also wenn der jetzt sein Schwert gezuckt hätte... Wir sind gerade im Goldrausch. Nee, der steht ja immer noch rum. Wie ist denn hier? Hier habe ich ihn noch nicht gesehen. Diese komischen blauen Anzüge hier. Okay, ein Mädel. Morpholine, ja. Okay, ich muss hier mal das Gesicht ein bisschen einbringen. Das schön... Oh, Moment mal. Okay, okay, okay. Scheiße. Ha. Gigi is get wrecked boy. Siegis Hand, Siegis Hand. Kann das, was ein Siegis Hand so kann. Ich bin nämlich ausgebildeter Bunk-Spezialist. Das heißt, wenn mir jemand ein Messer in meinen Bauch haben will, dann gibt es erstmal einen Pfeil in den Kopf zurück. Also Leute, was haben wir heute gelernt? Legt euch nicht mit dem Gangsterbären an. Ich bin nicht nur ausgezeichneter Bunk-Spezialist, sondern auch ausgezeichneter Mörder. Also ich lasse mich nicht so leicht wie andere Vollidioten hier entdecken, die das sehr offensichtlich machen. Ich dachte schon, der greift hier zu. Das wäre klasse, wenn man sich hier die Schwerter nehmen könnte. Und es wäre auch klasse, wenn ich mal hier ein bisschen mehr Gold finde. Sonst muss ich hier auf die Straße noch betteln gehe. So, der da mit da unten, der möchte ich erstmal nicht begegnen. Ach, aber die Map, wenn mein Hirnmörder ist, wünsche ich niemanden. Eigentlich wünsche ich das jenen außer mir. Oh, okay, okay, okay. Jeep-Icon selber. Der Wackzucker killt mich. Jeep-Icon ist... Ach Gott, oh Gott, der Typ ist so lost. Wieso verrät der sich denn? Ich habe aber keinen Gold. Ich kann dich nicht töten. Haben wir eigentlich... Nee, der Detective ist noch nicht gestorben. Dann sieht man nämlich das auf der Karte. So, dann schnappen wir uns bei den Schlingel. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Mein Gold! Mann, jetzt... Ach nein, was ist denn das? Pepperwurz! Nein, warum? Ich wollte schon diese ganz YouTube-Kack ertragen. Und dann kommt sowas hier ins Spiel. Mal ganz ernsthaft. Ja, warum? Ich bin... Danke, dass ich das nicht lesen durfte. So, walkt nun dieser Pädobär hier. Komm her! Ja. Ich weiß nicht, was die hier machen, wenn hier kein Held steht. Leave or kill your first hand. Also so... Der war eine Gefahr für sich selber. Mal ganz ernsthaft. Das haben sie ja auch fein hinbekommen. Ganz fein. Man muss erst mal runterspringen. Um dann den Parcours machen zu können. Fantastisch. Haben sie ganz super gemacht. Hier haben drei andere Leute... Le... B-Mod. Okay, okay, okay. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht mehr. Nein. Hier. Bitte, bitte, Detective. Nein. Nein, hau ab. Schnell. Moment, wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Äh... Leine-Mixi oder wie heißt... Keine Ahnung. Okay, doch. Ist sie okay. So. Jetzt schnappen wir uns die. Mit unserem einzig... Erarbeiteten File. Komm her, komm her, komm her. Die schnapp ich mir, die schnapp ich mir, die schnapp ich mir, die schnapp ich mir. Das ist auch schön, immer wenn die lecken, da weiß man genau, wo die sind. Renn doch nicht weg. Das wird ein... Ach, doch. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Jetzt komm. Jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Bleib doch mal stehen. Was ist denn mit der... Renn doch nicht den armen Frosch hinterher oder was das ist. Genau, sieh mal. Der Frosch weint sogar schon. Hallo, hier rennt noch jemand hin. Also, wie lost muss man denn sein? Na, endlich. Die ging mir ja sowas von auf die Nerven. Was rennt die denn die ganze Zeit den armen Frosch hinterher? Der war so oder so schon am Heulen. Nicht wundern, Leute. Ich stell gerade nur so mal meine Maus ein. Nee. So. Ich bin, wie der Zufall es auch wollte, nun Mörder. Und das heißt, jetzt könnt ihr mal vom Meister lernen. Denn wir machen das jetzt so richtig unauffällig. Wir müssen schauen, dass wir an einer Location sind. wo uns niemand seht. Oh, hallo, hallo, hallo. Das war der Detective. Der wollte uns einfach abknallen. Richtige Frechheit ist das hier. Bitte bleibt. Ach, nein. Uns hat niemand gesehen. Perfekt. Der Typ hat gesehen, dass wir... Nein! Nein! Die Kamera, die Kamera. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Den Typ dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß zwar nicht, was die so hier rumlecken. Oder bin ich das? Ich weiß es nicht genau. Okay, 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 wir müssen mal... Who is it? I don't know. Ich weiß nicht, wer es ist. Da kann ich dir leider nicht... Äh, weiter. Äh, du. Ja. Äh, Peep Crafter ist genau... Ja, ihr macht das alle fantastisch, Leute. Super. Super. Sie haben es nicht bemerkt, dass... Ich bin bei Ko... Oh, sehr schön. So, wo sind die denn? Oh, unten links. Was ist denn das? Na, das ist mir neu. Egal. Gut, wir haben noch zweieinhalb Minuten, nicht mal mehr. Dann müssen wir hier unsere Arbeit vollrichtet haben. Im Notfall laufen wir Amok, so ist es nicht, aber... Sollte... Du rennst... Du verrätst dir überhaupt nichts, mein Freund. So nicht, Mini-Jungen. Wir haben noch sechs Leute, die wir auf mysteriöse Art und Weise verschwinden lassen müssen. Jetzt der Teddybär... Was? Nein, ich doch nicht. What? No. What the fuck? Nein! Ey! Ja, sieh, hört auf! Na, kommt doch, wenn ihr euch traut. Kommt hoch, kommt hoch, kommt, kommt, kommt. Kommt doch, wenn ihr euch traut. I prove it. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Egal. Ich beobachte euch so. Ja! Ja! Jackpot! Nein! Scheiße! So, jetzt müssen wir Amok laufen. Jetzt müssen wir Amok laufen. Zeit, Amok zu laufen. Zeit, Amok zu laufen. Zeit, Amok zu laufen. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Ne? Du schießt hier gar nichts ab, mein Freund. Da vorne ist noch jemand. Ne, 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 ne. Nein! Du, aah! Milch ist gift. Wir sehen uns am Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Sehr schön. Am Freitag um 15 Uhr zu einem brandneuen Video wieder. Abonnieren, Glock aktivieren. Haut rein. Und ciao, Leute! Tschüss. 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 Tschüss.